Hallo zusammen, hier ist wieder Heutchenla und heute wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar würde ich euch heute wieder so einen kleinen Toy-Guide präsentieren. Heute geht es um ein Toy, das wir uns hier in Corfia spielen können. Und zwar heißt das Toy Vesper-Glocke der Harmonie. Und das bekommen wir, indem wir einen Kyrianer-Char haben oder ihr jemanden kennt, der einen Kyrianer-Char hat. Denn wir müssen hier einen Typen ansprechen, der heißt Popoye. Der ist hier auf den Koordinaten 56, 32. Und zwar steht er hier neben dem Feuer und den können nur Kyrianer-Covernance anquatschen. Der hat so eine Viertelstunde, 20 Minuten Respawn-Zeit, sowas Pi mal Daumen. Und wenn man den anquatscht, dann rennt er los und rennt hier diesen Weg entlang. Und dann kommen immer wieder ein paar Mobwellen. Eben hat ihn gerade schon jemand angesprochen gehabt. Und dementsprechend ist er hier schon losgelaufen. Er ist gerade in dem Lager angekommen. Also von da vorne, von diesem Flammenteil bis hierher läuft er ins Lager. Und sobald er im Lager ist, flitzt er dann schnell zu dem Portal hier hinter. Da kommt dann ein Mob raus. Und der Mob ist quasi den Rare, den wir umhauen müssen. Heißt, wenn ihr den Rare umhauen wollt, muss halt erst ein Kyrianer es anquatschen. Das könnt ihr selber sein. Das kann irgendwer anders sein. Das Toy an sich kann jeder looten. Ja, das hat sogar gar nicht mal so eine schlechte Drop-Chance. Laut WoW Head im Moment, jetzt noch relativ am Anfang vom Add-On, ist die Drop-Chance bei 17%. Ich habe den heute schon umgehauen. Denn er droppt unter anderem auch das Kyrianer-Mount, was dann aber nur Kyrianer kriegen können. Und dementsprechend war ich da schon ein bisschen dran und habe den gefarmt. Nebenbei habe ich das Toy bekommen. Und ja, schwer ist es nicht, ihn umzuhauen. Wenn ihr selbst einen Kyrianer schon habt, könnt ihr ihn relativ einfach farmen. Sonst müsst ihr halt warten, bis sich jemand anderer anquatscht, der Kyrianer ist. Beziehungsweise, ja, müsst halt jemanden suchen, der das kann. Gut, dann würde ich sagen... Achso, bevor wir uns das Toy anschauen, die Koordinaten von dem Rare sind dann hier unten 47,35. Hier ist es übrigens so, dass ihr auch theoretisch an dem Portal da campen könnt und einfach wartet, bis der angelaufen kommt. Bleibt sich gleich, wenn ihr kein Kyrianer seid. So, dann würde ich sagen, schauen wir uns mal an. Vesper-Glocke der Harmonie lernen wir mal. Und dann suchen wir die mal. Glocke Sorum, dass wir es wieder haben. Also, was macht ihr? Platziert eine Vesper-Glocke der Harmonie vor euch. Oh, bevor wir das jetzt machen, machen wir vielleicht doch den Sound an, weil ich habe hier beim 2. Account meistens den Sound aus. Und mal gucken, was das genau macht. Ah ja, okay, Mann. Ich habe mir schon gedacht, dass es da irgendeinen Sound gibt. Also, wir haben dann einfach so eine Glocke. Die können wir dann auch schlagen, wie ihr seht. Und es kommt so ein leichter Ding-Sound. Also, spektakulär ist es nicht. Es ist halt ein Toy wieder mehr für die Sammlung. Und ja, damit wären wir auch tatsächlich schon am Ende von dem kleinen Video. Ich drücke euch die Daumen, dass ihr die Vesper-Glocke schnell bekommt. Und wenn ihr hier mit dem Kyrianer-Char dran seid, vielleicht auch das Mount. Ich würde es euch gönnen. Euer Tela. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.